Vom rechten Tun und Lassen Töten lebender Wesen meidet der Asket. Des Tötens lebender Wesen enthält er sich. Er hat den Stock von sich getan. Er scheut sich, anderen wehzutun. Von Mitleid, von mitfühlender Sorge um aller Lebewesen Bestes ist er erfüllt. Fremden Besitz zu nehmen meidet der Asket. Des Nehmens von fremdem Besitz enthält er sich. Er nimmt nur, was man ihm gibt, wartet ab, ob man ihm gibt. Von Diebesgelüsten frei, rein ist seine Seele. Unkreuschheit meidet er. Er lebt in Kreuschheit zurückhaltend, entsagend, der Fleischeslust, wie die Ruhe Welt sie übt. Lügnerische Rede meidet er. Lügnerischer Rede enthält er sich. Er redet die Wahrheit, hält an der Abrede, ist gewiss, vertrauenswert, hält den Leuten sein Wort. Verleumderischer Rede meidet er. Verleumderischer Rede enthält er sich. Was er hier gehört hat, sagt er nicht dort wieder, um den einen Zwietracht zu bringen. Was er dort gehört hat, sagt er nicht hier wieder, um den anderen Zwietracht zu bringen. So ist er, der entzweiten Vereiner, der vereinten Förderer in ihrer Einigkeit, an Eintracht sich ergötzend, der Eintracht sich freund, an Eintracht seine Lust findend, des Eintracht schaffenden Wortes sprecher. Harte Rede meidet der Asket, harter Rede enthält er sich. Unschuldige Rede, angenehm zu hören, liebreich, zuherzen gehend, höflich, vielen lieb, vielen angenehm, solcher Rede, Redner, ist er. Geschwätz meidet er, des Geschwätzes enthält er sich. Er redet zur rechten Zeit, wie es ist, so redet er, wie es Nutzen bringt, redet er. Von der Lehre redet er, von der Ordnung redet er. Worte spricht er, in denen Schätze ruhen, zur rechten Zeit, Wohlbegründet, wohlumgrenzt, am Gehalt reich. Wohlbegründet, wohlumgrenzt, am Gehalt reich.